Kuchen! Mein schönes Gebäck! Sorry! Oh, mein Fuß! Mein rechter! Mein linksrechter Fuß! Was ist denn mit dir? Entschuldige, bitte! Was ist jetzt mit Lärm los? Mein Fuß! Mein Fuß! Er brennt! Er brennt! Unkel? Bist du auf die Herdplatten gekommen? Ich nicht, aber mein Fuß! Die müssen wir kühlen! Kaltwasser! 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 Stell dich halt nicht so an! Es brennt! Halt mir halt drunter den Fuß! So, jetzt gehen wir wieder her! So, das kühlt, das wird jetzt gleich besser! Oh, ausgerechnet Wasser! Vermutlich, das hilft, aber glauben wir's! Wie ist denn das passiert? Und wir ... Wahnsinn! Und ... Tragödie! Das ist alles deine Schuld! Was ist doch meine Schuld? Immer mit diesen dummen Leuten diese dummen Lieder singst! Weih, Pumogl, das sind halt meine Freunde! Wir feiern ein bissel Geburtstag, was ist jetzt da so schlimm? Das ist ja wohl schlimm! Das ist sehr schlimm! Schau mal! So schlimm ist das! Da hast du dich aber schön verbrennt! Ja, das brennt! Ja, das brennt! Es brennt! Es brennt sehr fürchterlich! So ein Schlamassl! Was machen wir da jetzt? Was machen wir da? Da brauchen wir jetzt eine Brandsäume! Ja, genau! Ja, genau! Ein Brandsäume! Was ist eigentlich ein Brandsäume? Also, danke! Auf Wiederschein! Ja? Sag ich mal, Florian, wo bist du da? Servus Michi! Ich hab kurz noch weg müssen was organisieren! Wie was organisieren? Du weißt schon, dass wir gerade deinen Geburtstag feiern! Was ist denn passiert? Nix! Nichts! Das ist doch nicht nichts! Ein verbrennter Fuß! Ein verbrennter Fuß? Wie hast denn das schon wieder angestellt? Mei, die Herdplatten waren noch! Ja, genau! Hä? Wie kommt jetzt der mit dem Fuß auf die Herdplatten? Wie kommst denn du bitte mit dem Fuß auf die Herdplatten? Ja, nicht ich, sondern... Sondern ich! Mein Kobold! Ach so! Ja klar! Der Kobold!